Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Im heutigen Video geht es um ein lineares Array. Wir haben also den folgenden Aufbau. Wir haben n Elemente und ordnen die linear an. Linear heißt in dem Fall, dass wir die hier auf einer Linie, also auf einer Geraden, anordnen. Hier in diesem Video jetzt als Beispiel habe ich das einfach mal auf der y-Achse gemacht. Die Elemente habe ich jetzt mal mit den Indizes beginnend bei 0 bis n-1 sozusagen durchdeklariert. Und jedes Element hat den gleichen Elementabstand von dy. Das könnte ich mir auch nochmal aufschreiben. Element Abstand gleich dy. So, dann den Array-Faktor. Den möchten wir jetzt von dieser gegebenen Anordnung bestimmen, weil das ist einfach im Prinzip der Parameter, der verschiedene Array-Konfigurationen beschreibt. Allgemein lässt er sich so definieren. Jetzt für ein lineares Array, für ein mehrdimensionales Array hat man dann halt noch eine weitere Aufsummierung in der Regel, die dazukommt. Woraus setzt sich dieser Array-Faktor zusammen? Eigentlich ist der Array-Faktor, generell schreibt man eigentlich bei Gruppenantennen, die Aufsummation aller Felder der einzelnen Elemente. Wenn man jetzt davon ausgeht, jedes Element ist identisch, was man häufig macht. Das sollten wir vielleicht auch nochmal aufschreiben. Alle Einzelelemente sind identisch. Dann lässt sich diese Gesamtaufsummation der elektrischen Felder von diesen ganzen Einzelelementen unterteilen in einen Einzelelement-Faktor und einen Gruppenelement oder Array-Faktor auch genannt. Und diesen Array-Faktor, der beschreibt im Prinzip die geometrische Anordnung, unabhängig davon, was für Einzelelemente genutzt werden. Deswegen gehen wir jetzt auch hier davon aus, dass diese Einzelelemente einfache Punktquellen sind, also isotrope Strahler zum Beispiel, die man dann halt einfach noch mit dem tatsächlichen Radiation-Pattern von dem tatsächlichen Einzelelementen oder von einem Einzelelement in dem Fall nochmal multiplizieren muss. Deswegen lässt sich halt dieses gesamte Feld in den Array-Faktor und den Einzelelement-Faktor zerlegen und wir möchten jetzt diesen Array-Faktor hier bestimmen. Der wird allgemein in Kugelkoordinaten angegeben und häufig bei so symmetrischen Strukturen über eine Aufsummation. Und da haben wir hier zum einen die Amplitude iN und dann hier die komplexe E-Funktion, der im Prinzip die Struktur beschreibt. Diese E-Funktion, komplexe E-Funktion, das kennen wir auch schon von den normalen elektrischen Feldern, auf die exakte Herleitung bei den ebenen Wellen, warum das jetzt so aussieht, wie es aussieht, verzichten wir hier. Aber das sollte eigentlich allen bekannt sein. Ja, was als Wiederholung trotzdem jetzt nochmal, woraus setzt sich dieser K-Vektor und der R-Vektor zusammen? Der K-Vektor ist ganz allgemein gesagt der Ausbreitungsvektor, setzt sich aus der Wellenzahl K zusammen und einfach dem Einheitsvektor in Kugelkoordinaten. In dem Fall haben wir halt hier für die x-, y- und z-Komponente die korrespondierende, ja die korrespondierende, transformierte Kugelkoordinate. Und die Wellenzahl K selber ist nochmal 2P durch Lambda. Der R-Vektor ist der Positionsvektor der, beziehungsweise des Elements und den müssen wir für jede Konfiguration neu aufstellen. In diesem Fall haben wir ein lineares Array auf der y-Achse. Da geht das recht einfach. Wir sehen nämlich hier direkt auf Anhand unserer Konstruktion, wir haben in x-Richtung und in z-Richtung brauchen wir keine Vektorkomponente, um unsere Elemente zu beschreiben. Die sind nämlich beide 0, weil das hier perfekt auf der y-Achse zentriert ist. Und in y-Richtung haben wir hier zwischen den Elementen immer den Abstand dy. Also haben wir hier, um das letzte Element zu beschreiben, hätten wir dann n-1 mal dy. Beziehungsweise um das zweite Element zu beschreiben, 2dy. Das heißt, wir können den Vektor hier einfach aufstellen. Das nehme ich hier 0, dann jetzt allgemein n mal dy. Und dann hier wieder eine 0. Ja, und dann kann man im Prinzip hier raus und hier raus dieses Vektorprodukt k mal r einfach berechnen. Da kommt dann raus, dass das k mal n mal dy mal sin theta mal sin phi sein muss. Und das ist jetzt die allgemeine Beschreibung des Array-Faktors. Man kann das Ganze natürlich jetzt nochmal einsetzen, kann ich auch nochmal aufschreiben. Das impliziert dann hier für diese Konstruktion haben wir dann den folgenden Array-Faktor. Also n gleich 0, n-1, in mal e auch j, k, n, dy, sin theta mal sin phi. Ja, ganz genau. Wenn man jetzt sich mal das Steering nochmal genauer angucken will, dann kann man je nachdem, in welche Richtung man steeren möchte, noch Vereinfachungen treffen hier. Dann fällt zum Beispiel eins dieser Sinus, fällt in der Regel einer dieser Sinus-Therme raus. Also entweder möchte man zum Beispiel jetzt hier in x-Richtung steeren oder man könnte hier auch in z-Richtung steeren. Genau, in beiden Varianten hätte man auf jeden Fall, wenn man sich den Array von der Ferne anguckt, sieht man, dass es eine Gruppenantenne ist. Wenn man in y-Richtung schauen würde, also im Prinzip hier in diese Richtung schauen würde, dann würde es so aussehen, als hätte man nur ein einzelnes Element. Aber auch trotzdem überlagern sich hier die Felder. Aber das ist jetzt nur am Rande erwähnt. In der allgemeinen Form für ein Array in der y-Ebene haben wir dann diese Formel hier. Ja, falls ihr euch noch für weitere Strukturen interessiert, dann schaut gerne einfach mal in die Infobox oder in die Playlist. Da werden auch noch das rechteckige oder das zirkuläre Array hergeleitet. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Vierer